Ja, hallo zusammen. Heute geht es um die falschen Prioritäten in der Lockdown-Politik, um die drohende Pleitewelle und darum, wie der Lockdown tatsächlich auf den Rücken der Paketbotinnen und Paketboten lastet. Seit Mittwoch herrscht in Deutschland der sogenannte harte Lockdown. Viele Geschäfte, die nicht den alltäglichen Lebensunterhalt decken, mussten geschlossen werden. Schulen gingen in den Distanzunterricht. Der Gastro- und Kulturbereich bleibt weiterhin geschlossen und auch die Kontaktbeschränkungen bleiben, wie bisher. Angesichts der explodierenden Infektionszahlen und der angespannten Lage im Gesundheitssystem kann man das verstehen. Seit Jahren gibt es viel zu wenig Pflegekräfte und die Zahl der Krankenhäuser wurde seit dem Jahr 1991 von 2400 auf aktuell nur noch 1925 Krankenhäuser reduziert. Nun stößt dieses kaputtgesparte Gesundheitssystem an seine Grenzen. Doch die Politik hält ihre widersprüchliche Linie bei, bei uns in der Freizeit alles bis ins klitzekleinste Detail zu regeln und gleichzeitig bei Konzernen nur Empfehlungen abzugeben. Das ist auch der Hintergrund, warum sich zum Beispiel mittlerweile die Amazon Logistikzentren zu regelrechten Hotspots entwickeln. Laut der Gewerkschaft Verdi sollen beim Standort Graben bei Augsburg 300 der 1800 Arbeiterinnen und Arbeiter infiziert sein und fünf Gewerkschaftsmitglieder liegen sogar auf der Intensivstation. Im Erfurter Zalando-Werk haben sich seit Februar 184 der 3300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort infiziert. Doch auch wenn es Schutzmaßnahmen gibt für die Arbeiterinnen und Arbeiter wird es härter. Zum Beispiel ist es so, dass wenn die Maskenpflicht während der gesamten Arbeitszeit eingeführt wird und gleichzeitig körperlich harte Arbeit gemacht werden muss, es keine Reduzierung der Arbeitszeiten gibt, was eine dringende und wichtige Forderung wäre, die umzusetzen ist. Auch an anderer Stelle scheint man dem Infektionsgeschehen freien Lauf zu lassen. So sind in einer Erstaufnahmeeinrichtung für Geflüchtete im hessischen Neustadt derzeit 40 Infektionen unter den Geflüchteten bekannt. Zuvor haben sich bereits 283 von den insgesamt 600 Bewohnerinnen und Bewohnern mit dem Virus infiziert. Und offenbar soll es auch so weitergehen. Geflüchtete berichten nämlich, dass sie die Einrichtung nicht verlassen dürfen, auch wenn sie einen negativen Corona-Test vorlegen. Damit bleiben sie faktisch eingesperrt, bis sie ebenfalls Covid-19 hatten. Wichtige Forderungen, wie konsequenter Gesundheitsschutz im Betrieb und dezentrale Unterbringung von Geflüchteten und Wohnungslosen, bleiben also auch im aktuellen Lockdown weiterhin unbehandelt. Doch nicht nur eine Gesundheitskrise, sondern auch eine ökonomische Krise hat Deutschland fest im Griff. Und damit kommen wir zu unserer zweiten Nachricht. Die handelt von der kommenden Pleitewelle. Bewegen uns derzeit in großen Schritten auf das neue Jahr zu. Einen Zeitpunkt, wo verschiedene kapitalistische Ökonomen vor gewarnt haben. Eigentlich. Denn eigentlich sollte ab dem 01.01.2021 die sogenannte Insolvenzantragspflicht wieder gelten. Denn normalerweise ist es so, dass ein Unternehmen, was pleite ist, seine Pleite auch anzeigen muss. Das ist seit März in Deutschland aufgehoben worden. Damit konnten insbesondere überschuldete Unternehmen weiter wirtschaften, da die Frist, wo sie ihre Insolvenz wieder anzeigen mussten, immer weiter und weiter nach hinten verschoben wurde. Zunächst war es der Oktober 2020, dann das Jahresende und jetzt hat die Bundesregierung beschlossen, es erneut auf Ende Januar 2021 zu verschieben. Die Angst vor einer Pleitewelle ist nämlich groß. Aber warum eigentlich? Immer mehr Unternehmen sind in der aktuellen Wirtschaftskrise pleite gegangen. Das ist eine traurige Gesetzmäßigkeit im Kapitalismus. Dabei werden Unmengen und Kapital, die darin steckende Arbeitskraft und auch Millionen menschliche Existenzen vernichtet. In einigen Branchen haben die Pandemie und die Infektionsschutzmaßnahmen ihr Übriges dazu getan, die Situation noch weiter zu verschärfen. Und trotzdem gehen aktuell kaum Unternehmen pleite offiziell. Wie kommt das? Im Oktober 2020 wurden rekordverdächtige 45% weniger Unternehmenspleiten gemeldet als im Oktober 2019. Durch Steuergeschenke hält der Staat die Unternehmen am Leben und die ausgesetzte Insolvenantragspflicht verschleiert das zumindest. Was jetzt passiert, nennen einige Ökonomen eine Zombifizierung der Wirtschaft. Das heißt, die Wirtschaft besteht mehr und mehr aus Unternehmen, die eigentlich pleite sind, das heißt Tod sind. Die Gefahr ist, wenn sie nicht mehr künstlich am Leben erhalten, droht ein Dominoeffekt und damit eine Pleitewelle. Schätzungen gehen derzeit von 10-20% Zombieunternehmen aus. Die Gefahr wird immer größer und so waren Experten auch schon bereits vor einer Bankenkrise. Der Moment, in der die Insolvenzen nicht mehr verschleiert werden können, könnte für so eine Krise ausschlaggebend sein. Denn Unternehmen können die billigen Kredite, die sie künstlich am Leben erhalten, dann einfach nicht mehr tilgen. Die Deutsche Bundesbank schätzt den Anteil an ausfallenden Krediten auf rund 0,8% des gesamten Kreditbestands, klingt auf den ersten Blick wenig, sind aber immerhin 13 Milliarden Euro. Im Sommer hat das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Halle verschiedene Szenarien für so eine Bankenkrise berechnet. Im optimistischen Fall mit nur noch kurzfristigen Pandemiemaßnahmen gingen die Forscher von Dutzenden Bankenpleiten in Deutschland aus. Im schlechtesten Fall könnten bis zu 28% der deutschen Geldinstitute vor dem Aus stehen. Vor allem Sparkassen werden davon betroffen. Kommen wir nun zur dritten Nachricht und zwar den Auswirkungen des Lockdowns auf den Rücken der Paketboten und Paketbotinnen. Im aktuellen Lockdown sind verschiedenste Geschäfte geschlossen, also müssen wir mehr auf den Online-Versand ausweichen. Das Unternehmen DHL rechnet aufgrund des Lockdowns in der Weihnachtszeit mit einem Mehraufkommen von 15 bis 20% im Vergleich zum letzten Weihnachten. Wer der Zelt ein Paket zu Hause bekommt, der bekommt mit, wie viel Stress die Kolleginnen und Kollegen dort haben. Das Besondere ist, das Hoch, was normalerweise in der Weihnachtszeit herrscht, gibt es schon seit März diesen Jahres und viele sind deshalb stark ausgelaugt. Laut einer aktuellen Studie der Barmer-Versicherung schlägt sie das auch in der Gesundheit der Kolleginnen und Kollegen nieder. Nach Analyse der Barmer Krankenkasse Berlin waren von den sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten im Jahr 2020 diese 29,4 Tage krankgeschrieben, wobei der branchenübergreifende Durchschnitt bei rund 18,8 Tagen liegt. Besonders Rücken- und Nackenschmerzen sind die Folge vom schweren Tragen. Die Krankenkasse fordert nun, dass es eine bessere Pausenregelung geben soll und auch die Empfängerinnen und Empfänger könnten mehr Geduld haben. Das sind natürlich richtige Punkte, aber es gibt noch viel mehr, was getan werden kann. Besonders anstrengend für die Paketboten sind nämlich die bis zu 31,5 Kilo schweren und vor allem auch die großen Pakete. Diese dürfen weiterhin von einer einzigen Person befördert werden. Laut eines Sprechers des DHL-Konzerns sei hier eine Absenkung nicht möglich. Das sei eine Wettbewerbsgeschichte und man könne dort nichts machen. Zumindest nicht in seiner kapitalistischen Logik. Denn tatsächlich gehört die Versandbranche zu den größten Gewinnern der Corona-Krise. Der reichste Mann der Welt, Jeff Bezos, steht beispielhaft dafür. Seit April 2020, also dem Hochpunkt der Pandemie, der ersten Welle, hat Konzernchef von Amazon und Haupteigner Jeff Bezos sein Vermögen von 113 Milliarden auf 187 Milliarden US-Dollar gesteigert. Allein mit dem Verzicht auf seine persönlichen Corona-Profite der letzten paar Monate könnte er jeden Amazon-Beschäftigten einen Corona-Bonus geben in Höhe von 60.000 Dollar. Doch in der Realität bekommen bei Amazon die Beschäftigten einen Weihnachtsbonus von 2 Euro pro Stunde nur zwischen dem 9. Dezember und dem 22. Dezember und auch nur, wenn sie bei der Arbeit erscheinen. Das Ergebnis, viele Kolleginnen und Kollegen schleppen sich krank zur Arbeit, was in einer Pandemie sicherlich das Ansteckungsrisiko vergrößert. Doch die Belegschaft lässt sich nicht alles bieten. So kam es zum Beispiel am Dienstag zu einer Torblockade bei einem polnischen Amazon-Werk von Arbeiterinnen und Unterstützerinnen, die über mehrere Stunden den Arbeitsablauf dort stören konnten. Das war es schon wieder mit den Lockdown News. Wir wünschen euch entspannte Feiertage und bis zum nächsten Mal.